Hallo Freunde, jetzt nochmal ein Bild, und zwar was buntes habe ich mir überlegt, mal schauen wie es rauskommt. Ich habe jetzt dafür vorbereitet, Neon Pink, Neon Gelb, Permanent Grün Dunkel, Ultramarin Blau und Weiß. Ich habe jetzt extra mal schwarz weggelassen, weil die Bilder sonst immer so dunkel werden, jetzt schauen wir mal wie es jetzt wird. Den Keilrahmen habe ich mal etwas feucht gemacht, der Pinsel war noch nicht ganz sauber, aber ist ja egal, man sieht es ja eh nicht. Dann schauen wir mal wie es wird, viel Spaß, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020